Auf der Zitrüber! Das ist ein Engel. ... und Audi-Partner im Herzen der Oberpfalzen. Als Familienbetrieb ist für uns höchste Servicequalität rund um ihr Auto... ... und die Lübersangelegenheit. Mein Team und ich befreuen uns auf Sie. Hier Herbert Manz von Autofaus Manz in Schwarzenfeld. Also ich hätte gern die Kugelmädchen... ... einen Apfelkochen. Ja genau! Hier ein Donuts! Aber das dauern wir uns nicht mehr machen. Da können wir uns nicht vergessen. Die Bäckerei Kurzscherl in Schwandorf. Über 150 Jahre Erfahrung in Brotbacken. Holger Schmecklein... Da... 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 ... Mercedes Jahreswagen im Internet. Echt? Aber... Musst du da nicht arg weit fahren, damit du was passendes, günstiges bekommst? Gar nicht. Schau mal hier. Der Mercedes Meier in Roding. Der ist preislich ganz vorn dabei. Und hat dazu überall Spitzenbewertungen. Na dann... Kommen die jetzt alle drüben oder was? Mercedes... Mercedes... Ihr Mercedes... ... und Jahreswagen Spezialist in Roding. Hörer! Hörer! Also du wirst bestimmt nicht vorbeikommen. Na! Na da ist der Dings, du wirst nicht vorbekommen. Ja genau... Was ist denn hier heute los? Hörer! 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 Junge 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 Junge! Das ist ja fast wie die Holländer vor 15 Jahren mit ihren selbstgebauten Dachboxen. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Just try to break through it Try to make... ... ... ... ... ... Es ist ja kein Wunder, dass das nicht klappen kann, wenn wir alle rechts vor wollen... Das war jetzt daheim, das ist jetzt echt daheim. Die Billig-Airline Ryanair bei der Fluggesellschaft Lauda Motion ein, eine ehemalige Tochter der Pleite gegangenen Air Berlin, bis Firmengründer Niki Lauda die Airline vor zwei Monaten zufahrrückt zusammen. Wie war der Gipfel der Staats- und Regierungschefs? Unser Kommentar heute Abend. Das Ruhrgebiet macht dicht. Baumaßnahmen der Bahn sorgen für Umleitungen, Sperrungen und Zugausfälle. Und die gerade ernsthaft, Pause auf der Autobahn? Das fragen die auch gerade. Ohne Scheiße, die haben doch was. Reißverschlussverkehr, hast du aber schon nur was gehört, oder? Ja. An der Gabelung links halten. Jungen, jungen, jungen Dem stolz? Bist du geprüft oder war es halt? Links muss ich fahren. Ja, verkehrt. Schau mir, dass der Frisch der Tisch ist. Dieser Fahrer hatte genug Platz zu gehen, aber sie hat nicht schnell genug, so wir mussten viel zu slowen. Sie hat nicht in der Lange, aber nicht in der Lange. Sie hat nicht in der Lange. Sie hat nicht in der Lange. Sie sieht aus wie ich bin. Und gibt mir die Bedeutung. Genau. Iiuiui! Was ist das? Ui, ui, ui! Was war Kta? Hä? Was? Ich wurde gerade geblitzt. Ja. Ja. Entschuldigung? Ich wurde gerade geblitzt? Alles klar, okay gut. Alter Schwede! Alter Schwede! Alter, nicht jetzt, ey! Doch nicht jetzt, ey! Alter! Aber, da war es doch so. Auch hier ist das, was ich, was du hast. Und dann hast du auch noch mal. Ja, das ist alles so cool, wie du noch bist. Ja, das war auch schon mal! Und dann hast du ja auch schon mal. Nein, das war schon mal. Du hast mich nicht gut, aber noch mal. Ja, das war aber auch schon mal. Ich war ja auch schon mal. Ja, das war ja auch schon mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's! It was at this moment that he knew. He fucked up. It was at this moment, it was at this moment. Man, ich brems dich und fahrt weiter. Meine Fresse. Man, mal mal Gas geben. Das muss nicht so schwer sein. Alter Schwede. Alter Schwede. Hallo. Merken wir es noch? Gut, oder? In der Bahnhofstraße gibt es weh. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Untertitelung des ZDF, 2020